Ein Mann muss ausgetreten werden. Mord verlangt nach Sünne. Blut befleckt das Land. Wer war Schnell? Sonst, der Bieter über Milze und Feuer, wer nicht, der diesen Ares mit einem Flammenschlag? Du bist die Pest, der Schandfräck dieses Landes! Du unglückse Mann! Das Kind war aus dem Haus des Leibs. Wenn ich dein Geschick als Beispiel nimm, deines, ja, deines, unglücklicher Oedipus, so kann ich nichts im Leben der Menschen glücklich preisen. Ich weiß, warum ihr hergekommen seid. Ihr leidet und seid krank. Doch keiner unter euch ist derart krank wie ich. Und wer ihr lebt? Untertitelung des ZDF, 2020